Hallo, ich bin Niklas. Links neben mir ist Dave und rechts neben mir ist Tobias. Wir arbeiten für den Hansrenkli Bau AG und sind hier auf dem KZ Enkli Baustell. Wir zeigen unseren Alltag und auch mit. Bei Hansrenkli gefällt mir mitarbeiten. Man kann gut zusammen arbeiten, freundlich und ist eine kleinere Bauten. Man kann viel mehr lernen und das finde ich super. Als Strassenbauer sind die Tätigkeiten durch den Graben machen, durch Leitungen betonieren, durch Asphalt einbauen und schlussendlich die ganze Farbe aneignen. Das Besondere an unserem Beruf ist, man kann mit Maschinen arbeiten, mit grossen und kleinen Maschinen und einem Team zusammenarbeiten. Bei der Lehre als Strassenbauer ist der Vorteil, dass du Blockschule hast und dich in dieser Zeit voll auf die Schule konzentrieren. Bei der Firma Hansrenkli gefällt mir, dass im Sommer Tage länger sein wird. Bei mir arbeiten kann man aber im Winter dafür kompensieren. Wenn du die Lehre als Strassenbauer machen willst, ist es am besten, wenn du allwettertaumlich bist, gerne draussen arbeitest, so wie im Team und körperlich robust bist. Wenn dir das gefällt, was du bei uns im Einblick siehst, du dich auf der Vitzer Strassenbauer bei der Hansrenkli BO AG bewerbe. Wir freuen uns auf dich! auf dich! Auf dich! Auf dich! Auf dich! Auf dich! Auf dich!